Es vergeht heute kaum ein Tag, wo ich nicht Hassnachrichten bekomme. Gestern ging es in den Medien, dass jemand verurteilt wird, wurde zu einer Geldstrafe, der mir eine Nachricht geschrieben hat und mich aufgefordert hat, Suizid zu begehen. Das ist heute trauriger Alltag. Und das ist etwas, worauf ich sehr gerne verzichten könnte. Untertitelung des ZDF, 2020